وَقُرْعَبِّ زِدْنِي عِلْمَا Dann gibt er ein schönes Beispiel und sagt كَهَرَبِ الْحُوْتِ إِلَى الْمَاءِ وَالْطِفْلِ إِلَى أُمِّهِ Er sagt, dieser Liebende flüchtet zu dieser Zurückgezogenheit. Genauso wie der Fisch zurück ins Wasser flüchtet und das Kind zurück zur Mutter. Wir kennen alle oder wir haben alle das Bild vor uns, wie das Kind, wenn es sich erschreckt, zur Mutter flüchtet. Oder den Fisch, wie er zurück ins Wasser springt, weil er aus dem Wasser herausgeholt wurde. Ibn al-Qayyim sagt, der Liebende hat diese Charaktereigenschaft. Haben wir diese? Damit ist einfach gemeint, haben wir diese Zeiten, in denen wir einen ruhigen Ort suchen und die Abgeschiedenheit suchen, um Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen, um sein Buch zu rezitieren, um mal intensiv das Bittgebet auszusprechen, haben wir diese Eigenschaft. Und es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau so handelte. Und er ist uns das beste Beispiel oder das beste Vorbild. So heißt es im Hadith, wenn er etwas besorgt hat, fasi'a ila salah. Das Wort fasi'a bedeutet flüchtet. Iza hazebah hu amrun, fasi'a ila salah. Wenn er etwas besorgt hat, so ist er zum Gebet geflüchtet. Hier ist dieses Flüchten zur Abgeschiedenheit, zur Zurückgezogenheit, um seinen Herrn zu erwähnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Suratul Dariyat, Surat 51, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ So flüchtet nun zu Allah. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir diese Zeit in unser Leben einführen. Diese kurze Zeit, auch wenn es nur 20 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten täglich sind, uns zurückzuziehen und diese kurze Zeit mit Allah subhanahu wa ta'ala zu verbringen, verbringen, um auch Liebe zu zeigen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir einen Teil von unserer Zeit ihm voll und ganz widmen. Ha zhaullahu alam wa alhamdulillahi rabbil alameen.